Herr Illert, Schmolz & Bichtchenbach hat 2018 den Umsatz zwar um ein Viertel gesteigert, gleichzeitig haben Sie aber auch einen Verlust geschrieben und auch die Eigenkapitalquote ist gesunken. Kann man sagen, der Turnaround läuft nicht wie gewünscht? Also ich denke, erstmal sollten wir festhalten, dass wir operativ ein besseres Ergebnis als letztes Jahr geschrieben haben. Der Beginn von 2018 und ich würde mal sagen, Beginn heißt die ersten neun Monate, waren ja durchaus sehr dynamisch. Wir haben eine gute Nachfrage gehabt aus allen Industriebereichen. Leider Gottes hat sich dann im letzten Quartal auch sehr stark eben durch handelspolitische Diskussionen haben sich die Absatzmärkte abgeschwächt. Und das hat dann zu einer leichten Beruhigung geführt im vierten Quartal. Die ergebnismäßige Abschwächung, von der Sie hier sprechen, beruht ja auf einer Abschreibung, die wir auf unser amerikanisches Stahlwerk gemacht haben. Das hat mehr strukturelle Hintergründe. Hier ist es ja durchaus so gewesen, dass sich eben seit den letzten vier, fünf Jahren einige Dinge verändert haben. Wir haben damals auch im Hinblick auf ein Wachstum ein relativ großes Stahlwerk gebaut. Die nachfolgenden sogenannten Downstream-Aktivitäten waren von Anfang an viel kleiner als dieses große Stahlwerk. Wir wollten immer die Downstream-Aktivitäten ausbauen, haben auch zusammen mit unserem Kollegen in Montreal dann ein Arbeitsteilungsmodell ausgearbeitet, dass leider Gottes natürlich jetzt auch diesen Section 232-Maßnahmen der USA zum Opfer gefallen sind. Denn Lieferungen aus Kanada nach USA sind eben jetzt auch durch entsprechende Zölle belastet. Insofern hat das nicht getragen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der für uns sehr wichtige Öl- und Gasmarkt, diese Fracking-Industrie, hat eine strukturelle Veränderung. Man hat versucht, diese Frackblöcke, die eben relativ schnell verbraucht sind, zu ersetzen durch Edelstahlfrackblöcke, die wesentlich länger halten, sodass eigentlich der Bedarf zurückgegangen ist, wenn man das pro Tonne Stahl sieht. All das hat dazu geführt, dass wir jetzt gesagt haben, wir sollten hier eine Abschreibung machen auf das Stahlwerk. Nichtsdestotrotz lege ich darauf Wert, dass wir für die Zukunft hier ja durchaus ein sehr modernes, hochmodernes Stahlwerk stehen haben und auch weiterhin daran arbeiten werden, die Downstream-Aktivitäten entsprechend zu erhöhen. Im Jahr 2018 haben Sie auch Ascometal übernommen. Derzeit drückt das ein bisschen auf die Gewinnmarge. Was erwarten Sie so in den nächsten Jahren von Ascometal? Das war uns von Anfang an klar. Wir haben ein Unternehmen übernommen, was in den letzten Jahren zweimal in Insolvenz gewesen ist, aber was ein sehr gutes Kunden- und Produktportfolio hat und auch sehr innovativ ist. Natürlich kann man so einen Prozess speziell auch mit den Menschen nicht innerhalb von einem Jahr umdrehen. Deswegen ist unsere Planung ganz klar darauf ausgerichtet, dass wir hier eher einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren haben. Wir haben aber jetzt alle notwendigen Maßnahmen angestoßen. Wichtig war am Anfang überhaupt mal die Motivation bei den Mitarbeitern wieder zu erhöhen, die eben mehr oder weniger Jahre doch depressiv war. Wir mussten unseren Lieferanten klar machen, dass hier wieder jemand dahinter steht, der solvent ist und der also auch jetzt nicht wieder in den nächsten Monaten hier verschwindet. Insofern, all das ist gelungen. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt heißt es, auch die Kunden wieder zurückzugewinnen. Auch die haben uns ja verlassen, weil sie nicht sicher waren, ist Ascometal überhaupt noch da nächstes Jahr. Auch da sehen wir jetzt gute Signale, gerade aus der Automobilindustrie, von den Großen, auch aus der französischen Automobilindustrie, die uns jetzt wieder signalisieren, wenn das alles so weitergeht. Wir haben Investitionen gemacht. Wir versuchen, unsere Performance zu steigern, speziell unsere Lieferperformance, die war auch nicht toll gewesen. All das führt bei den Kunden dazu, dass man uns sagt, ja, nächstes Jahr, wenn die Verhandlungen sind, werdet auch ihr wieder mit mehr Mengen bedacht. Aber auch man muss fair sein. Das muss man auch beweisen. Also 2019 ist jetzt das Jahr, wo wir zeigen müssen, dass es nicht nur schöne Worte sind, sondern dass wir eben auch halten, was wir sagen. Und da bin ich zuversichtlich. Das Unternehmen ist gut, passt zu uns, gleiche Produkte, gleiche Strategie. Und dann wird das auch die Erfolge bringen, die wir uns davon erhoffen. Wenn man jetzt den Ausblick von Ihnen für 2090 anschaut, ist eher ein bisschen düster, sage ich mal. Also wenn man die operative Gewinnerwartung anschaut, wäre das ein Ergebnis unter dem Vorjahr. Können Sie vielleicht kurz sagen, was die Lage so schwierig macht oder vielleicht die wichtigsten Punkte? Ja, ich glaube, das ist ja sicherlich auch für Sie im täglichen Leben. Wir lesen ständig jetzt von irgendwelchen Eintrübungen, von Schwächen. Verschiedene Industriezweige sind nach vorne eher pessimistisch. Insofern wäre es jetzt sicherlich nicht angebracht, dass wir hier auftreten und sagen, das wird ein ganz tolles Jahr werden. Natürlich arbeiten wir daran, dass wir unsere, wie immer dann auch in unserer Geheidens, eher den oberen Teil treffen. Aber momentan fällt das relativ schwer. Und wenn Sie sehen, die Automobilindustrie ist für uns ein sehr wichtiger Abnehmer. Es ist aber momentan sehr schwierig zu sehen, woher die Absatzprobleme kommen. Sie wissen, in Europa gibt es diesen neuen Teststandard. Unsere Kunden, die OEMs, sagen uns, ja, viel hängt damit zusammen. Wir haben viele neue Modelle, die stehen vor diesem Testnadelöhr. Und da muss jetzt jeder durch. Und zwar nicht nur, wenn Sie irgendein Auto nehmen, nicht nur ein Modell, sondern das Modell in allen Ausprägungen. Insofern, wir können das nicht einschätzen. Aber wir wollen erst mal vorsichtig rangehen, auch um nach innen zu signalisieren, wir müssen unsere Kostenmaßnahmen weitermachen. Wir haben ja heute angekündigt, wir wollen in diesem Jahr 40 Millionen an Kostenverbesserungen wiederheben. Und das ist auch wichtig nach innen dann zu sagen, gib Gas, der Markt, wenn er kommt, prima, dann wird es besser. Wenn er nicht kommt, dann haben wir zumindest alles getan, was wir tun können. Jetzt ist ja das Jahr schon bereits zweieinhalb Monate alt. Können Sie schon etwas sagen, wie es angelaufen ist oder wie es so zur Stimmung ist? Naja, man kann sicherlich sagen, und das haben wir ja auch heute schon kommuniziert, dass der Auftragseingang sich wieder stabilisiert hat. Was wir da im vierten Quartal gesehen haben, speziell dann im Dezember, hat sich jetzt wieder normalisiert. Wir haben von unserer Seite aus ja durch Produktionsanpassungen auf diesen Nachfragerückgang reagiert. Das normalisiert sich jetzt wieder. Die ersten Signale, auch gerade aus der Automobilindustrie, sind nicht nur negativ. Insofern haben wir ja auch gesagt, mixt Signals, die wir hier bekommen. Ich denke, wir haben auch eine Chance. Das muss man eindeutig sehen. Wie häufig schauen Sie eigentlich auf Ihren eigenen Aktienkurs? Ja, also wenn Sie mich fragen, ich gucke da jeden Tag drauf, beziehungsweise ich habe freundliche Kollegen, die mir jeden Tag die Kurse auf den Tisch legen. Da dürfen Sie ja sicher auch bestens informiert sein, dass die Aktie letztmals im Januar 2015 über 1 Franken wert war. Jetzt ist sie darunter momentan so ungefähr 55 Rappen. Werden wir wieder Kurse bei 1 Franken oder darüber sehen? Also wir werden natürlich alles tun und daran arbeiten, dass sich das auch wieder positiv entwickelt. Ich denke, es ist aber auch fair zu sagen, wenn Sie unsere Peers angucken, und das machen wir natürlich auch. Wir gucken nicht nur auf unseren Aktienkurs, wir gucken auch schon mal, was machen denn unsere Wettbewerber. Auch die haben diese Kursverluste hinnehmen müssen in den letzten Monaten. Also, auf unseren Aktienkurschen bitte zu Sie, wenn wir schon etwas verletzeigen lassen würden, dass wir uns nicht nur beim Eramięterungen brauchen. Vielen Dank.